Hallo und herzlich willkommen zum Video. Ihr seht es vielleicht schon an meinem Umfeld. Ich bin in den Bergen unterwegs. Über Nacht hat es rund 30 cm geschneit und ich war tatsächlich auch schon gestern in den Bergen unterwegs, aber an einem ganz anderen Ort mit meinem Fotokollegen Mark und Luca und wir waren hauptsächlich auf der Suche nach Schneehühner. Wir sind oben am Berg angekommen, genau bei Sonnenaufgang, haben dann zuerst einmal das Teleobjektiv rausgenommen und ein paar schöne Landschaftsfotos gemacht, also einfach von den verschiedenen Berggipfeln, die so das erste Morgenlicht abgekriegt haben und nachher hat es zugezogen, war bewölktes Wetter für eigentlich ja den restlichen Vormittag, was für uns super war, denn man hat dann einfach kein Problem mit der Lichtrichtung, mit hartem Licht und so weiter und in der Regel gibt es auch weniger Leute, die unterwegs sind, wenn das Wetter ein bisschen schlecht ist und wir haben dann Schneehühner gesucht, das ganze Gebiet einfach abgelaufen, haben dann zuerst einmal Gämsen gefunden, die ein wenig fotografiert, auch ein bisschen minimalistisch, einfach weiß in weiß, denn sie waren immer noch relativ weit weg, also bei vielen Wildtieren wie Gämsen, Steinböcken und so weiter, merkt man schon sehr starke regionale Unterschiede, was, wie soll ich sagen, die Scheuheit der Tiere angeht. Dort waren sie eher scheue, aber mir gefallen auch diese minimalistischen Bilder ganz gut. Anschließend haben wir die Schneehühner auch noch gefunden, fotografieren können und ich meine, Schneehühner gehören definitiv zu meinen Lieblingsvögeln. Ich finde das einfach so cool, wie die das Gefieder wechseln mehrmals im Jahr, um sich gut anzupassen an die Umgebung und im Winter, die sind wirklich sehr, sehr schwer zu sehen. Also einmal oder zweimal sind wir fast in die reingelaufen, die waren auf einmal 20 Meter vor uns und wir haben die einfach nicht gesehen, weil wenn sich die nicht bewegen, sind die echt schwer zu erkennen. Vor allem so zwischen den Steinen, wenn alles verschneit ist und wir haben dann ein paar coole Bilder machen können. Ich habe auch ein paar mit ein bisschen mehr Habitat gemacht und anschließend hat es noch begonnen zu schneien und das war einfach ein Traum. Schneehühner im Schnee, kriegt man nicht so häufig wirklich im Schneegestöber. Ich musste natürlich schauen, dass ich einen dunklen Hintergrund wählen konnte, dass man die Schneeflocken gut sieht und ja, war auf jeden Fall ein toller Tag. Mal schauen, ob meine Glückssträhne anhält und ich auch heute ein paar tolle Fotos machen kann. Wie gesagt, an einem ganz anderen Ort, diesmal ohne fotografische Begleitung, aber ich weiss ja, dass ihr mich jetzt begleitet und ich wünsche euch viel Spass beim Video. Ja, mein Zielmotiv heute ist definitiv größer als Schneehühner. Es sind Alpensteinböcke. Finde ich auch sehr faszinierende Tiere, vor allem die großen Männchen mit den großen Hörnern und ich habe noch sehr wenig große Männchen im Schnee fotografiert und ich hoffe, dass das heute etwas wird. Wir werden es sehen. Das ist natürlich immer ein bisschen eine Glückssache. Ich habe mir den Tag heute ausgesucht, weil es eben über Nacht geschneit hat und eventuell auch heute noch ein paar Flocken geben könnte und in der frisch verschneiten Landschaft finde ich es einfach am allerschönsten. Und als erstes möchte ich euch ganz kurz zeigen, was ich dabei habe und wieso. Also ihr seht hier meinen Fotorucksack. Die Schneeschuhe habe ich natürlich schon an, die sind unentbehrlich hier. Die meisten Kleider sind momentan im Rucksack, weil ich vom Hochlaufen so warm habe. Ich habe hier meine Handschuhe von Heat Company. Dann eben noch mehr diverse Kleider, ein bisschen Filmzeug und dann wichtig zum eigentlichen Fotografieren einmal das 100- bis 300er 2.8 an der R5. Dann habe ich hier einen 1,4-fach Konverter, falls ich mal mehr Brennweite bräuchte. Und dann der zweiten R5, aktuell ein 50 mm 1,8 drauf. Ein sehr günstiges Objektiv, aber das finde ich einfach schön, wenn ich mehr von der Umgebung zeigen möchte. Die Landschaft, in der der Steinbock lebt, das geht natürlich nur, wenn der Steinbock sich wirklich ein bisschen auf mich nähert, auf mich zukommt und Vertrauen in mich hat. Sonst geht das natürlich nicht. Und ich habe sogar noch das 35 mm dabei. Ich weiß nicht, ob das jetzt zum Einsatz kommt, aber das wiegt nicht sehr viel, genau wie das 50er. Eventuell kann man es auch für ein paar Landschafts- oder Detailshots gebrauchen. Und ja, als allererstes muss ich jetzt hier noch ein bisschen aufsteigen, denn ich bin noch im Wald und die Steinböcke sind meistens über der Waldgrenze. Im Winter kommen sie natürlich schon auch ein bisschen tiefer runter, aber ich werde jetzt definitiv noch einen Aufstieg vor mir haben und in der Zwischenzeit könnt ihr mal ein paar Videos und Fotos von gestern anschauen. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich werde immer wieder gefragt, ob ich auch ein Stativ mitnehme, falls ja welches und falls nein, wieso nicht. Ich nehme tatsächlich für solche Trips eigentlich kein Stativ mit. Die Steinböcke, die Gämsen, die Schneehühner, das sind alles Tiere, die sich immer wieder mal ein bisschen bewegen. Ohne Stativ bin ich viel flexibler. Das Stativ würde in diesem Schnee sowieso einsinken. Also da bräuchte man irgendwelche speziellen Schneeteller. Und ich fühle mich einfach viel flexibler. Ich bin leichter unterwegs und ich bin überzeugt, dass ich mehr und bessere Bilder machen kann, wenn ich eben kein Stativ dabei habe. Die Verschlusszeiten sind sowieso kein Problem. Es hat so viel Schnee hier. Das heißt, auch wenn ich bei 400 ISO bin, werde ich eine Verschlusszeit von irgendwie einer 1600 Sekunde haben. Da brauche ich definitiv kein Stativ, auch wenn es ein bisschen dunkler ist. Mit den heutigen Bildstabilisatoren geht relativ viel. Ich würde trotzdem einige Bilder immer machen, denn was man nicht vergessen sollte, ist, wenn man jetzt hier hochläuft, es ist anstrengend. Ich habe jetzt fast keine Kleider mehr an, weil es so warm wird. Und wenn man dann gerade ankommt und die Kamera hochnimmt und fotografiert, hat man einen hohen Puls. Und da braucht man wirklich auch eine kürzere Verschlusszeit. Also das würde ich definitiv einrechnen. Wenn ich fotografiere hier ungern mit einer hundertstel Sekunde oder fünftigstel Sekunde, wo ich normalerweise absolut keine Probleme hätte bei 300, 400 oder sogar 500 Millimeter. Hier gehe ich lieber auf die sichere Seite, gehe halt mit dem ISO ein bisschen höher, eben 400. Ich glaube, gestern das höchste, das ich je hatte, waren 800 ISO. Immer noch eine Top-Bildqualität, sehr wenig Rauschen. Eben vor allem, wenn man so viel weißen Hintergrund hat, sieht man ja eh praktisch kein Bildrauschen. Und dadurch habt ihr sicher ein scharfes Bild. Und zudem kann sich ja auch das Tier noch ein bisschen bewegen. Also meine Meinung, ich lasse da lieber das Stativ zu Hause. So, ich bin jetzt hier oben angekommen über der Waldgrenze. Und die Landschaft ist schon unglaublich. Also die Berge sind teilweise ein bisschen in Wolken eingehüllt. Es könnte auch am Nachmittag noch einmal Schneien kommen. Aber echt toll. Wenn ich ungefähr im Gebiet angekommen bin, wo ich die Tiere erwarte oder vielleicht schon von Weitem eines gesehen habe, dann nehme ich eigentlich dann mal meine Kamera raus. In der Regel einfach mit dem Teleobjektiv. Und damit ich einfach bereit bin und laufe dann mit dir rum, sofern das Gelände nicht allzu anspruchsvoll ist. Und dann habe ich mir auch angewöhnt, eigentlich den Telekonverter in eine Jackentasche zu tun oder Hosentasche. Und auch einen Ersatzakku auf mir tragen. Das ist mir nämlich gestern wieder passiert. Wir haben dann die Rucksäcke liegen lassen und waren vielleicht eineinhalb Stunden lang relativ weit weg von den Rucksäcken. Und ich habe sozusagen nicht mit einem vollen Akku gestartet, als ich den Rucksack abgelegt habe, weil ich schon vorher fotografiert habe und vor allem gefilmt. Filmen braucht man am meisten Batterie. Das heißt, der Akku war dann auch irgendwann leer und ich war sehr froh, hatte ich einen Ersatzakku dabei. Natürlich habe ich mich auch über den Konverter gefreut in gewissen Situationen. Wobei ich gestern versucht habe, nicht zu häufig Konverter zu wechseln, einfach weil es noch ein bisschen geschneit hat. Wenn ich die Kamera rausnehme, dann schaue ich mal, wie es mit der Belichtung aussieht und stelle da mal ein paar Einstellungen ein. Wenn es jetzt den ganzen Tag ESO bewölkt ist und relativ ähnliches Licht, dann finde ich wirklich die manuelle Belichtung am angenehmsten. Ihr stellt einmal ISO, Blende und Verschlusszeit ein und that's it. Ihr müsst das eigentlich dann für eine Stunde zum Beispiel nicht mehr ändern, was schon recht angenehm ist oder vielleicht eine ganz kleine Änderung machen. Wenn ihr lieber mit einem automatischen oder halbautomatischen Modus fotografiert, dann ist es relativ wichtig, hier eine starke positive Belichtungskorrektur zu nehmen, denn mit so viel Weiß wird die Kamera das Foto sonst komplett unterbelichten. Bis jetzt habe ich leider noch keine Steinböcke gesehen und hier oben sehe ich auch immer weniger Spuren. Ich bin daher nicht mehr so zuversichtlich, dass das noch etwas wird. Ich bin jetzt schon 400 Höhenmeter hochgelaufen, wie gesagt teilweise 30 bis jetzt am Schluss 40 Zentimeter Neuschnee ungefähr. Das war nicht ganz ohne, vor allem mit dem schweren Rucksack. Das heisst, ich werde jetzt nicht noch weiter hochlaufen, sondern das gut sein lassen. Ich habe mir daher überlegt, soll ich das Video überhaupt machen oder nicht. Aber ich denke, es zeigt ein bisschen die Realität. Ich habe gesagt, gestern war ein unglaublicher Tag mit Sonnenaufgang, Gämsen und Schneehühnern, wo ich auch wirklich ein bisschen mit kürzere Brennweite fotografieren wollte. Denn das habe ich mir für dieses Jahr allgemein ein bisschen vorgenommen, mehr mit kürzere Brennweite fotografieren, mehr von der Umgebung zeigen. Ist natürlich ein bisschen anspruchsvoller, aber ich finde, es gibt einfach ein bisschen andere Bilder. Denn Schneehühner, Steinböcke und Gämsen, auch im Schnee mit viel Brennweite habe ich schon ein bisschen. Steinböcke noch am wenigsten, aber trotzdem habe ich schon. Und so habe ich auch gestern nur mit dem 100 bis 300er fotografiert, teilweise mit Converter. Habe auch heute nur dieses dabei. Naja, war jetzt nicht. Ein letztes Wort möchte ich noch sagen. Es ist für mich hier anstrengend zum Rumlaufen, aber ich gehe nachher wieder ins Tal runter und gönne mir da wahrscheinlich eine heiße Schocke, bevor ich wieder in den Zug steige. Die Tiere hier oben haben nicht diesen Luxus. Die sind der ganze Zeit, die sind Bedingungen ausgesetzt. Die müssen sich von ein bisschen Gras und vielleicht ein paar Zweigen ernähren und müssen wirklich Energie sparen. Und darum ist es mir auch wichtig, dass ich die Tiere möglichst wenig störe. Der Weg hier hoch hat mich durch eine Wildruhezone geführt. Das ist ein Gebiet, wo es im Winter ein Begehungsverbot gibt, also von Dezember bis April. Ein einziger Weg führt durch und auf dem darf man sich dann bewegen. Und den habe ich dann auch hochgenommen. Da ist mir tatsächlich eine Gämse, ich würde sagen 20, 25 Meter vor mir, dann auf dem Weg gestanden. Aber bis ich die Kamera draußen habe, war da leider nichts mehr. Ich hoffe, euch hat dieses Video hier gefallen. Ein Superthanks oder sonstige Unterstützung bei mir. Koffi vielleicht sehr aktuell bei diesen Temperaturen. Würde mir natürlich sehr gefallen. Und lasst doch euer Feedback da, ob euch auch in Zukunft solche Videos interessieren, auch wenn es eben mal kein Resultat gibt.